Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle und wir sind wieder bei unserem Dodge und nachdem bei dem letzten Video das zerlegen so super geklappt hat, geht es auch gleich weiter. Wir werden heute die originalen Hardstech Achsen einbauen. Ich habe ein bisschen was schon vorbereitet und parat gelegt und dann legen wir auch schon los. Jawoll, was habe ich uns hier schönes vorbereitet. Wir haben hier einmal unseren Unterbau und ihr seht, der hat ein bisschen Farbe abbekommen in der Zwischenzeit, denn ich habe ja schon gesagt ich wollte eigentlich das Anthrazit Modell, deswegen habe ich mir gedacht ich lackiere hier mal ein bisschen rum. Ich habe es auch schon ausgeschnitten in einer ruhigen Minute zwischendrin. Das spiele ich euch nachher an der passenden Stelle, also das ist auch schon erledigt, aber wir wollen der Anleitung folgen, deswegen schauen wir uns erstmal die Komponenten an. Ich habe ja schon gesagt, ich habe die Anleitung ausgedruckt, ist diesmal kein Text, sondern einfach nur eine bebilderte Anleitung, ein Foto nach dem anderen. Sollte gehen, habe ich mal kein Problem glaube ich damit. Wir haben den original Hardstech Bausatz mit dabei für den Dodge. Da steht noch mal drauf, was alles dabei ist. Ich habe den mit den Kugellagern genommen diesmal. Das ist also alles, was hier auf diesem Bild ist. Ich habe soweit noch nichts großartig zusammengebaut. Das einzige, was ich gemacht habe, war wieder hier diese Dinger mit Sekundenkleber festgeklebt. Das ist wieder ein Bauabschnitt, aber das habe ich schon mal vorab erledigt. Bei der Lenkachse vorne müssen wir auch was kleben. Das heißt, die werden wir vielleicht jetzt zuerst zusammenstecken. Wir müssen jetzt die Motoren glaube ich einlöten. Machen wir hier mal weiter. Ich habe den Servo mit dabei. Ich hoffe, der passt da rein. Dann habe ich die Radadapter für die Felgen, für die Reifen gedreht. Das ist also auf der einen Seite Gewinde, auf der anderen Seite für den Motor. Das Loch drin. Werkzeug. Das sind die Originalfeder, die der Dodge sowieso schon von Haus aus mitbringt bei den Originalachsen. Dann habe ich vier Motoren. Fragt mich nicht nach der Geschwindigkeit. Ich glaube es sind 200, 200er. Aber ich habe es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf und ich habe schon mal die Kabel für die Motoren vorbereitet. Los geht das Ganze hier mit der Anleitung mit der Hinterachse. Das heißt, wir stecken dann die Komponenten vielleicht einmal kurz ganz grob zusammen. Wir haben also hier einmal die Hinterachse. So. Das war auch schon der ganze Zauber für die Hinterachse. Das wird dann noch verschraubt. Da kommen dann die Federn rein hinten. Und das wird dann einfach da eingeklickst, wo die Originalachse war. Und dann haben wir hier die Frontachse. Die wird so zusammengesteckt und auch wieder verklebt. Und ich würde sagen, aber das geht alles erst, wenn die Motoren drin sind. Deswegen werden wir als allererstes hier mal die Motoren einbauen. Das hier ist die Frontachse dann. Diese Teile hier. Und wir haben hier diese Zwischenstreben. Das passt wunderbar. Das ist unten. Das ist unten. Die kommen also nach hier rein. Müsste so passen. Hier kommen die Motoren jetzt dann gleich rein. Das ist hinten der Deckel für die Motoren. Das ist die Hinterachse. Das hier ist übrigens die Servobefestigung. Teile für die Servobefestigung nochmal zum Servo hinlegen. Und das hier ist die Lenkstange. Und hier sind nochmal zwei Distanzhülsen für die Lenkstange. Die kommen da dazwischen. Dann haben wir noch ein Säckchen Schrauben mit dabei. Soweit müsste das alles sein, was man braucht. Machen wir also von allem mal wieder etwas dabei. Und dann würde ich sagen, jetzt bauen wir mal die Motoren rein. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Aktion wie beim Sprinter. Das heißt, wir müssen hier den Motor ganz hinein frimeln. Ich glaube den Schrauben gleich fest, dann kommt der uns nicht mehr aus. Also kleine Schrauben sind hier mit dabei. Das müssen wir mal irgendwo mit irgendetwas gegenhalten. Wir stecken hier einfach den zweiten Motor rein. So, dann schrauben wir die hier fest. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Schraubenlänge passend gewählt ist für dieses Modell. Allerdings weiß ich natürlich nicht, ob das auch die passenden oder die gleichen Motoren sind, die vorgesehen sind. Das heißt, ich teste das immer vorher nochmal, weil ich natürlich auch schon den Fall hatte, dass ich die Schrauben zu lang gewählt habe. Und dann gehen die hier in dieses Getriebe rein und wenn ich den jetzt starten möchte und das Getriebe sperrt, ist der Motor hinüber. Und so kann ich einfach ganz kurz gucken, ob das freiläuft. Plus haben wir nach oben, beziehungsweise, ja, ist ja dann oben. Also das System ist denkbar simpel. Ich glaube auch nicht, dass wir hier großartig Probleme haben vom Einbau her. Ich muss immer wieder sagen, mich erstaunt die Druckqualität. Das ist der Wahnsinn. Das sind ganz dünne Wandungen hier, aber das ist alles so super gearbeitet. Ich habe hier auch noch nichts irgendwo entgraten müssen oder irgendwas. Also das ist wirklich toll. Die zwei haben wir drin. Und dann machen wir die anderen zwei Motoren da auch nochmal rein. Ich glaube, hier geht das einfacher. Hier kann man gegenhalten. Ich körteln der hier rein, damit wir mal alle Plus oben haben. Hier machen wir auch Plus zum Planüber. Also diese Schräuken sind natürlich nichts für dicke Finger. Wer die RB35 Motoren, diese Kloppermotoren gewöhnt ist, der hat hier natürlich richtig Spaß. Aber wie gesagt, das ist eigentlich kein Problem. Man kann ja jetzt auch die Pinzette noch meinetwegen dazu nehmen. Also was mich hier sehr gut gefällt, ist das Thema mit den kleinen Kugellagern. Die sind hier auch fest drin. Also ich habe, wenn ich hier den Motor durchstecke, die fallen jetzt nicht raus oder irgendwas. Und dadurch ist natürlich das super gelagert. Ist echt schön. Allerdings weiß ich nicht, also ich habe auch schon den kleinen Bobcat umgebaut. Ich habe auch schon eben den Sprinter umgebaut. Und diverse andere Fahrzeuge. Mein Teleskoplader, der Manitou, der weiße, der läuft zum Beispiel auch mit den kleinen Motoren. Mit genau diesen Motoren. Und da ist alles nichts Kugel gelagert. Und da kommt auch echt Gewicht drauf. Aber die haben das bisher alle weggesteckt. Und beim, also der Dodge hat jetzt nicht das größte Gewicht. Der lädt ja auch nichts. Ist jetzt nicht so, dass der irgendwie hinten 10 Kilo Kipperbrücke drauf hätte. Deswegen ist es schön. Es ist schön, dass er es hat. Ich finde das toll. Hätte er jetzt wegen mir. Also es würde jetzt aber kein Minus geben, wenn das nicht hätte. Schauen wir mal, dass wir das hier irgendwie da drinnen wieder gelötet bekommen. Also es ist hier ganz tief drin. Mal gucken, ob das die Kamera irgendwo einfängt. Und hier muss man halt jetzt einmal die Kabel anlöten. Und ich mache das so wie beim Sprinter auch. Das heißt Plus auf Plus, Minus auf Minus. Und umdrehen, damit dann die Fahrrichtungen passen. Mache ich dann. Ah, genau da muss ich von der Seite her durch. Genau, damit euch das nicht auch passiert. Es ist da an der Seite ein Loch. Beziehungsweise oben ein Loch. Und da kommen die Kabel durch. Also die werden nicht von oben rein gesteckt. Das heißt, die kommen hier von der Seite sozusagen. Und dann müssen wir auch natürlich von da rein und an löten. Warum löte ich es nicht vorher an? Das funktioniert leider nicht, weil der Motor gerade so viel Platz hat, dass der hier selber reinpasst. Und wenn ich jetzt das vorher löten würde, dann müsste ich ja an meinen Kabeln vorbei. Und das funktioniert halt nicht. Da haben die keinen Platz für. So, jetzt brauchen wir vielleicht doch eine kleine Kinsette. Um das ein bisschen hier zur Seite zu ziehen. Sonst brenne ich mein Kabel an. Schau mal. Schau mal. Durch Kabel Nr. 2. Das ist wirklich löten im Blindflug. Und das Plastik verzeiht halt nichts. Gerade der Lötkolben ist so heiß. Da ist das sofort weggeschmolzen. Gut, dass es nicht funktioniert hat. Ich wollte es schon wieder von oben verlöten. Ja. Jawoll. Ja, ne. Das hält noch nicht so, wie ich das möchte. Noch ein bisschen hinziehen. So. 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 Jetzt passt es. Also wir haben jetzt hier zweimal Kabel dran, einmal Plus, einmal Minus und das mache ich jetzt auf allen Seiten wirklich Motor Plus ist Motor Plus und Motor Minus ist Motor Minus und dann drehe ich es dann im Fahrzeug selber um, wenn ich es dann anschließe. Ich mache jetzt die anderen natürlich auch noch. Den ganzen Spaß dürfen wir uns ja viermal geben. So, bei der Beuerachse müssen wir nochmal kurz gucken, in welche Richtung da die Kabel geplant sind. Ob wir das irgendwo sehen, da ist nichts drauf. Also, zur hinteren Seite. Okay. Also hier durch. Jawoll, wir haben bei allen die Motoren dran, gegen den Flux. Und jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Blutkolben brauchen wir nicht mehr zur Seite. So. Also schauen wir uns den Spaß nochmal an. Die Fotos und meinen Ausdruck sind jetzt so auf der Kamera wahrscheinlich etwas schlechter zu erkennen. Aber am PC oder am Tablet oder Laptop oder so, wenn ihr daneben hinstellt, überhaupt kein Problem. Jawoll. Das heißt, hier kommen diese zwei Teile zusammen. So wird das eingeklickst. Jawoll. Und dann brauchen wir hier diese kleinen Schräubchen. Ist das der richtige? Ich glaube nicht. Mal gucken. So. Ich erinnere mich grob dran. Ich hatte damals glaube ich das gleiche Ding, dass ich erstmal suchen musste, wo ich so einen kleinen Torx Schraubendreher habe. Also ich finde das toll. Ich mag diese Schrauben schon sehr gerne. Aber es ist halt kein Standard für mich. Deswegen. Das ist etwas unglücklich, wenn man dann erst das Werkzeug suchen muss, beziehungsweise hoffen muss, dass man es überhaupt da hat. Aber da kann natürlich jetzt der Bausatz relativ wenig dafür. Warum man genau diese Schrauben hier verbaut, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, Ansicht finde ich so super. Ging mir jetzt aber auch einfach kein normaler Kreuz oder Schlitz sein dürfen. Damit wäre ich wahrscheinlich genauso glücklich gewesen. Aber wir nehmen die, die wir haben. Danke. So, jetzt haben wir dann alle drin, hoffe ich. Jawohl. Entschuldigt den Cut, ich hatte ein kleines Problem mit der Kamera. Wir sind stehen geblieben, wir haben hier diese Achse zusammengeschraubt, die wird jetzt nachher hier hinten eingebaut und ich möchte aber jetzt hier noch die Lenkachse vorziehen, denn die müssen wir mit Sekundenkleber kurz kleben und das kann dann schnell trocknen, während das andere, während wir das andere einbauen. So, hier hinten kommen noch die Deckel drauf, damit wir die nicht vergessen. Jetzt müssen wir nachher bloß wieder alles auseinander nehmen, das wäre ja nichts. Einmal Deckel und der andere Deckel. Also, wir haben jetzt hier unsere zwei Achsschenkel und jetzt gucken wir hier, das ist einmal ein Teil, das nicht bis hoch geht und einmal das Teil, das bis drüber geht und ich sagte ja, ich habe ja hier schon ein bisschen was ausgelassen, das heißt, das müsste auch genau so rum hier hineingehören. Das geht glaube ich auch nur in einer Seite oder in eine Richtung zu. Ne, so rum. Da ist der Pfeil. Also, so rum gehört es. Die hier schauen zu mir. So. Und dann kommt unten der Deckel wieder drauf. Wenn es da passt. Dann sieht das Ganze so aus. Läuft wunderbar. Und jetzt wird es hier oben einfach nur wieder ein bisschen mit Sekundenkleber verklebt. Jetzt lassen wir hier einfach ein bisschen reinlaufen, damit es nicht gleich wieder auseinander geht. Jawoll. Legen wir uns dabei zur Seite zum Trocknen. Und wir schauen mal schnell, wie es dann weiter geht. Genau, hier sind wir schon bei der Montage. Hier ist das Thema ausfräsen. So. Okay. Gut. Dann bauen wir jetzt die Hinterachse noch ein. Hinten brauchen wir nichts wegnehmen, so wie es aussieht. Das heißt, hier kommt einfach eins zu eins die Federn wieder rein. Okay. Die Kabel kommen hier durch. Gibt es hier einen vorne und einen hinten. Ich glaube nicht. Das ist zumindest mal nichts markiert. Und dann wird es hier einfach rein gesteckt und auch eingeklipst. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Jetzt mal das schnell an. Jawoll. Wird genau hier so eingeklipst. Aber schon ganz schön straff. Aber okay. Das wird wahrscheinlich auch so sein müssen. Weil das anders hier nicht halten wird. Ich möchte jetzt hier aber nicht so volle Lotte hier rein drücken. Kann man das hier nicht. So, da kriege ich das nicht mehr raus. Macht gar keinen Sinn. Dann pressen wir das da mal rein. Also schauen, dass hier die Federn natürlich, dass das alles passt. Und dann werden wir das mal auf einer Seite hier reindrücken. Dann werden wir das mal auf einer Seite zuerst probieren. Dann werden wir mal mit einer Führung hier ein bisschen mitarbeiten. Also es ist echt. Ich zeige euch das mal. Es ist ja wahnsinnig eng hier. Und da ist nicht viel Luft nach links oder rechts. so dass hier was weggefräst worden. Sagen wir mal. Ne. Das schaut alles noch relativ original aus. Da liegt hier die Achse. Von dem hier. Drücken wir die halt jetzt hier mal rein. Hm. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier unten nicht unnötig viel Gewalt anwenden. Was man vielleicht aber machen muss. Ah ok. Also wenn es auf einer Seite drin ist, dann flutscht es. Die original Achse ist ja genauso aufgebaut. Das heißt auch die ist ja irgendwann da mal reingekommen. Und hat bei ihrem Platz gefunden. Das heißt auch hier. Ach. Jawoll. Also man muss tatsächlich relativ viel Kraft aufwenden. Aber dann sitzt das Ding da hinten drin. Schauen wir mal. Das passt alles. Okay. Also es bewegt sich. Ist relativ straff drin. Ich weiß jetzt nicht auf welcher Seite es hier schoppert. Das könnte aber auch an meiner Farbe liegen. Weil hier ja das Teil auch mit lackiert ist. Dass das hier ein bisschen schoppert. Aber das wird sich einlaufen. Da bin ich mir ganz sicher. weiter. Sobald die Farbe ein bisschen weg ist. Gar kein Problem. Kommen wir zur Vorderachse. Schauen wir mal. Schaut schon gut aus. Die wird genauso eingeklingt. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Die wird hier eingeklingt. Und die wird ausgefräst. Das habe ich schon gemacht. Und das Video seht ihr jetzt. Wir erledigen die Schneidarbeiten hier mal kurz zwischendrin. Das heißt wir nehmen auf einer Seite hier vorne bei der Lenkachse. Hier diese Stücke raus. Das ist in der Anleitung so auch zu sehen. Hier diese Teile hier raus. Und auf der anderen Seite für das Lenkgestänge. Hier das klinken wir auch aus. Das machen wir jetzt auch schnell. Und dann können wir nachher die Achsen in Ruhe einbauen. Sprecher von Koenigern. Musik So, nachdem das alles ausgefräst ist, im Endeffekt eins zu eins, wie hier auf diesen Fotos, da sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Bilder mit dabei, wie das Ganze ausgefräst ist und wie dann auch wieder servo montiert wird, das heißt wir fangen jetzt hier an und klicksen unsere Lenkachse hier ein, gleiches Spiel wie hinten und ich gehe jetzt auch hier mal davon aus, dass man einfach ein bisschen mehr, jawoll, man muss sich nur trauen, man muss sich nur trauen, Federn vergessen, geht hier auch wieder raus, es werden noch Wetten angenommen, ja, so, jawoll, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Jetzt kommt die Lenkung hier mit rein, jetzt ziehen wir mal hier durch und dazwischen kommt ein und jetzt kommen die ganzen Ausflussbilder. So, wird das Ganze hier festgeschraubt. Hätten kommen jetzt diese Zwischenpuffer mit rein, vielleicht noch mal mit nachbohren oder geht das so. Also, halt. Hold on. So, dann haben wir hier diese Zwischenstücke mit drin. Eigentlich sind es nur Abstandshalter, also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber dadurch lässt sich der Servo besser nachher montieren. So, dann das jetzt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Also, dann haben wir hier diesen Part auch mit dran. Noch eine Mutter drauf, links und rechts. Also, so. Okay. So. Okay. Das ist ein Stopp-Motor, die hier dabei ist und hier natürlich nicht zu fest anziehen, denn sonst bewegt sich da gar nichts mehr und der kleine Servo soll sich ja nicht überanstrengen. Okay. So gut. Hier hätte man gerade noch ein bisschen mehr Ausschneiden vertragen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich werde das nochmal nachschneiden und dann bauen wir den Servo ein. So. Das Gute ist, ich habe nichts ausschneiden müssen, denn ich habe einfach nur die Längstange falsch mal eingebaut. Und wenn man das richtig einbaut, dann funktioniert das auch. Einwandfrei. Aber ich habe hier hinten gleich das, was ein bisschen geklemmt hat, was ich ja schon gesagt habe, weil ich mich am Bausatz lag an dem, dass ich es lackiert habe. Ich habe die Lackschicht etwas runtergefeilt, alles wunderbar. Also überhaupt kein Problem. Funktioniert einwandfrei. Funktioniert übrigens nicht nur links und rechts, sondern auch im Gesamten. Genauso wie vorne. Ich schaue mal, ob ich euch das zeigen kann. Und zwar diese Längstange hier, die hat hier einen ganz, ganz minimalen Knick. Aber dieser minimale Knick ist ausschlaggebend dafür, dass man eben nicht so viel ausfräsen muss. Ich dachte, ich muss hier noch etwas wegnehmen, weil beim Einlenken bin ich hier angestoßen. Und wenn man es aber richtig herum einbaut, dann passiert das nicht. Ist mir aufgefallen, als ich das Ganze dann umgedreht habe. Denn dieses Teil hier sollte weiter rechts stehen. Und das tut es auch, wenn man es richtig herum einbaut. Also, soweit sitzt eigentlich auch schon alles. Ich bin da schon sehr zufrieden mit. Und jetzt müssen wir noch das Servo einbauen. Das heißt, wir müssen hier einmal diese Ärmchen hin machen. Das wird irgendwie so, wie es ist geplant. Also, auf jeden Fall kommt es nach außen. Und dann, ja, so hin. Okay. Also, dann brauchen wir hier nochmal, mit was für Schrauben machen die das hier fest? Mit den Standardschrauben, also mit denen, die beim Servo dabei sind, wird das festgeschraubt. Okay. Hm, was haben wir hier noch, einen kleineren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Eine feinere. Jetzt schrauben wir einmal links und einmal rechts diese Halterungen hin. Aber mit dem geht es ja noch weniger. So, wieso will das nicht, wie ich will. Ja, wieso. Das geht schon. So. Auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche Spiel. Dann drehen wir auch das hier rein. So. 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 Schauen wir mal schnell. Mir gefällt irgendwie, dass das da besser greift. Ja, viel besser. So. Man muss nur das richtige Werkzeug nehmen. Also. Hier sind jetzt am Servo diese Halterungen mit dran. Schrauben. Und damit wird das Ganze jetzt hier vorne hingeschraubt. Schauen wir mal. Dann müssen wir hier einmal durchbohren. Das sind zweier Schräubchen oder sowas. Jawoll. Das heißt wir werden hier aber mit 1,5er Bohrer mal arbeiten. Wir lutschen die uns unter Umständen hier einfach durch. Und hier ist eine Schraube mit einer Mutter befestigt. Hier rufen wir es nochmal. Na, hier ist auch schon bei den Reifen. Die war jetzt aber glaube ich nicht dabei. Also Servo haben drauf. Das passt ja schon mal. So. So. Das kommt dann hier her. Und jetzt müssen wir mal schauen. Das ist mit einem 3er geplant. Oder eher mit einem 2er. 2,14. Das heißt wir brauchen hier eher eine M2 Schraube und müssten es ansonsten eher noch aufbohren. Mal schauen, was wir da im Angebot haben. Ob das da reinpasst. Wie weit weg sind wir denn da? Ungefähr hier. Das Problem ist, sie sollte natürlich so lange sein, dass wenn sich das Servo bewegt, die hier vorne nicht rausrutscht. Das ist ganz klar. Dann nehmen wir vielleicht doch noch einen länger. Das war jetzt eine 10er. Jetzt nehmen wir eine 12er. Und natürlich eine M2 Mutter dazu. Dann werden wir hier mal hinein bohren. Und zwar. Ich nehme jetzt nicht das oberste, sondern eins darunter. Also ich habe jetzt hier eins aufgebohrt und da stecken wir jetzt die M2 Schraube durch. Ich lege eine Mutter drauf. Ich weiß jetzt nicht ob M3, aber das glaube ich geht deswegen schon nicht, weil hier das eben so dünn ist und eben nur 2,14 hat. Dann müsste man das nochmal auffräsen. Das macht für mich jetzt auch wenig Sinn. Ja, das ist schon. Das muss ein 2 Millimeter. Muss das sein. Hilft alles nichts. Kommt dann da rein. Und dann schauen wir mal, wenn wir das Ganze hier und hier lenken. Jetzt müssen wir das einmal gerade richten. Damit wir wissen wo wir hin müssen. So. Jetzt brauchen wir mal einen hin. Und setzen ein Schraubchen. So. Wo ist jetzt mein Torx-Aufsatz wieder hin? Also. Sie ist jetzt eng am Modell. Da komme auch ich nicht mehr drum rum. Mal mit der Pinzette mit zu helfen. Also so schrauben wir das Ganze jetzt fest. sitzt, passt und ich bin soweit damit jetzt auch schon zufrieden. Also springt auch nicht raus. War jetzt gerade meine Befürchtung. Als ich gebohrt habe, habe ich gemerkt, dass ich ja noch durch die Feder ein bisschen mehr Spiel habe. Aber das hält alles gut. Es ist alles darauf angepasst. Also von dem her. Alles wunderbar. Ich merke das ist schon ein bisschen später am Abend. Ich bin etwas verplant. Ich brauche natürlich noch einen Servotester. Jawohl. Und dann schauen wir auch gleich. Gut. Okay. War überlenkt. Also. Das funktioniert einwandfrei. Müssen wir nachher schauen, wo dann die Maximaleinschläge sind. Aber soweit passt das schon mal. Gut. 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 Soweit sind die Achsen drin. Ähm. Längservo ist installiert. Und ich werde jetzt mal schauen, dass ich die Radadapter und die Reifen dementsprechend montiere. Und mal einen Empfänger mit Fahrregler anstecke, damit wir mal die erste Testfahrt drehen. Und da sehen wir uns dann auch schon wieder. Bis dann. Hier wären wir nun also mit unserem Dodge, der nun fahrfertig dasteht. Ähm. Ich zeige euch mal kurz, was ich jetzt in der Zwischenzeit noch alles gemacht habe. Ähm. Ich habe die ganze Elektronik eingebaut und die Räder sind dran. Damit wir jetzt einfach mal die erste Runde drehen können. Und mal zum Vergleich. Das hier sind jetzt diese Gummireder. Und das hier sind die Original. Die Original Reifen. Das passt also ganz ganz wunderbar. Ähm. Bin absolut zufrieden. Ich habe die Felden lackiert. Das war eher schwierig, weil so ein komisches Chromgemisch da drauf war. Furchtbar. Alles frimmelig abschleifen und bis dann endlich der Prümmer gehalten hat. Also war jetzt nicht schön. Aber ich finde, so schaut es super aus. Ich habe es mal in Silber auch drauf montiert. Aber oder beziehungsweise Chrom war jetzt nicht meins. Ja, also weiß auch nicht. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Ähm. Wegschneiden musste ich eigentlich nichts mehr. Das hat soweit auch alles gepasst, wie das gemacht wurde. Zeigen wir es gerade mal von unten. Das heißt, ich habe hier oben diese Löcher, die sind übrigens nicht für die Reifen ausgeschnitten, sondern wo die Motoren schwenken. Ja. Hier in der Mitte habe ich ein bisschen was rausgenommen. Von innen. Da ist ein Loch entstanden. Das musste ich wieder füllen. Genauso hier hinten. Aber ansonsten passt es. Die Motoren pendeln. Und federn schön ein. Das passt alles. Sitze passen wunderbar drauf. Die sitzen ganz plan. Man hat doch relativ viel Platz da innen drin. Man muss ihn nur finden. Das heißt, ich habe jetzt hier die Stege raus gemacht. Hier und hier. Damit hier die Elektrik Platz findet. So sieht das Ganze nun aus. Es ist noch nicht alles drin. Es fehlt noch die komplette Beleuchtung, Soundmodule und so weiter. Aber zumindest die Fahrregler und Servo und Empfänger sitzen schon mal. Servo ist hier vorne drin. Und für den hier habe ich an diesem Teil noch was ausschneiden müssen. Und zwar. Hier vorne. Muss man das etwas ausklinken. Damit das wieder plan aufsitzt. Also. Die Verkabelung ist jetzt soweit drin. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Heißt wir haben hier den Servo. Das hier musste man ausschneiden. Das habe ich ja schon erledigt gehabt. Das war das wo ich dachte ich muss nachschneiden. Dann habe ich eben hier innen drin ein bisschen. Sauber gemacht ein paar Stege habe ich weggenommen. Auch da gerade wo die Kabel liegen. Damit das alles hier plan ist. Unten drin. Und. Genau. Hier hinten drin im Endeffekt auch. Und hier habe ich dieses Stück raus gedremelt. Wo von unten das Leckrad eingeklipst war. Denn hier hinten soll nachher meine Batterie rein kommen. Das heißt das passt hier wunderbar jetzt wieder drauf einfach. Die Batterie kann ich hinten einstecken. Fernbedienung. Eine Flysky. Und dann schauen wir mal. Ich habe übrigens nachgeguckt. Weil ich war mir ja unsicher wegen den Motoren. Es sind Motoren. Also diese GA12 Motoren. Diese kleinen. Haben 80 Umdrehungen. Das sind die gleichen die ich beim Sprinter verbaut habe. Da habe ich noch so viele da gehabt. Aber ich fahre ja hier mit einem 3S Akku. Sprich ich habe die doppelte Drehzahl. Komme also irgendwo auf die 160 Umdrehungen. Ich bin schon ein bisschen gefahren. Er könnte ein Ticken schneller sein. Also wenn ihr Motoren kauft. Kauft welche das ihr. Je nachdem welchen Akku ihr verwendet. Am Ende irgendwo vielleicht bei 200 seid. Dann würde ich sagen dann passt es. Ich fahre nur auf relativ kleinen Akkuren. Also wenig Strecke. Da ist es wahrscheinlich noch völlig okay. Wenn es mich stört. Baue ich es aus. Aber ich glaube jetzt nicht. Ich bin da nicht so pingelig was das angeht. Weil ich wie gesagt keine Langstrecken fahre. Ja wenn ich jetzt natürlich so. Keine Ahnung. 1000 Quadratmeter Parcours habe. Wo ich irgendwie so einen halben Tag dann mit dem Modell unterwegs bin. Weil er nicht vorwärts kommt. Und irgendwie von jedem Traktor überholt wird. Wäre das schlimmer. Ich bin nur auf Kurzstrecke unterwegs. Deswegen glaube ich kann ich damit relativ gut leben. Wie gesagt jetzt hier so ein bisschen zum Fahren. War schon mal super. Akku ist drin. Fernbedienung ist an. Schalter habe ich hier hinten reingebaut. Und das altbekannte Piepsen der Modellbauregler. Alles wunderbar. Von der Lenkung her. Der Lenkservo. Den habe ich ein bisschen einschränken müssen. Der liegt jetzt ungefähr bei 72, 73 Prozent. Habe ich den begrenzt. So wie ich ihn ansteuer. Beziehungsweise so wie ich ihn eingebaut habe. Hat den Hintergrund. Dass hier von dem Lenkestängel. Da wo die Schraube befestigt ist. Das steht dann irgendwann an. Es wäre jetzt nicht schlimm. Wenn ich es gelassen hätte. Denn das einzige was passiert ist. Dass er sich in die Feder reinhebelt. Das heißt er drückt sich so ein bisschen raus. Aber ich muss ja den Servo jetzt nicht extra quälen. Deswegen habe ich das runtergestellt. Weil wie gesagt bin ich irgendwo bei. Ein paar oder 70 Prozent. Ansonsten muss ich sagen. Fährt sich super. Bin absolut zufrieden. Von dem her. Einbau simpler finde ich. Als es bisher beim Sprinter war. Das zerlegen ging für mich super einfach. Auch da habe ich beim Sprinter wesentlich mehr Probleme gehabt. Und der Einbau ist einfach klasse. Also durch das das ja im Endeffekt die vorgegebenen Klicks und Befestigungen. bleiben. Das heißt hinten ändere ich ja eigentlich gar nichts. Das heißt hier hinten. Ich bereite die Achse vor. Klick die rein. Fertig. Und vorne mache ich auch nicht viel. Also ich nehme ein bisschen was weg. Baue die ein. Den Servo rein. Also einbautechnisch muss ich sagen. Furchtbar einfach. Super einfach. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich muss auch sagen die Teile wie gesagt. sind echt klasse. Ich glaube beim Hardstack bekommt ihr neben den Achsen auch die Räder und Radadapter und so weiter. Damit ihr dann ein komplettes Set habt. Wenn ihr jetzt keine Drehbank irgendwie im Hintergrund stehen habt. Um das selber zu machen. Wenn ihr den Umbau machen wollt. Nehmt die Teile. Ist echt super. Also es ist simpel. Es ist super. Ihr habt die Bilder Anleitung mit dabei. Ähm. Und wenn ihr euch nicht so dappig anstellt wie ich. Hier vor der Kamera. Und vielleicht mal eine Minute längere Zeit nehmen zum Überlegen. Und das nicht so in einem YouTube Video Kameraschnitt schnell husch husch zusammenbauen wollt. Ähm. Dann funktioniert das auch absolut einwandfrei. Macht richtig Spaß. Wie gesagt. Ähm. Kann ich nur empfehlen. Bei mir geht es jetzt weiter. Nächstes Video. Ähm. Ich werde die ganze LED Technik einbauen. Ich habe mir das schon mal grob zusammen geschrieben. Schon mal geguckt was ich machen kann. Es werden über 30 LEDs verbaut in dem gesamten Modell. Heißt ich will vorne Licht und Blinker und Nebelscheinwerfer und Frontblitzer und oben die Dachbeleuchtung machen. Und Rundumlicht drauf haben. Und die Bremslichter und Rückfahrlichter und volles Programm natürlich. Ähm. Ich habe ja Platz. Wahnsinnig. Ich werde hier gefühlte 10 Kilometer Kabel glaube ich reinlegen. Aber. Ähm. Ich glaube das bringe ich hin. Ich glaube das findet auch alles seinen Platz. Und ähm. Genau. Bevor die Fragen kommen. Also ich habe hier schon. Wollte ich noch erwähnen. Ähm. Ich habe hier schon einen zweiten Fahrregler mit installiert. Der läuft hier nur nach hinten. Da ist ein freier Anschluss. Denn es soll ja ein Funktionsmodell werden. Und ich weiß noch nicht was ich mache als Anhänger. Vielleicht will ich mal einen Kippanhänger fahren oder sowas. Ähm. Deswegen aber wenn ich eh schon dabei bin. Ähm. Baue ich das Zeug natürlich gleich ein. Das heißt hier habe ich schon mal einen zusätzlichen Fahrregler verbaut. Der ist dann schon drin wo ich alles anstecken kann. Genau. Ähm. Wie gesagt. Das nächste wird die Lichttechnik sein. Und das Soundmodul steht an. Und ähm. Ich weiß noch nicht inwieweit ich das als Video mache. Wie ich euch da mitnehme. Oder ob ich es euch dann nur zeige. Ähm. Ich weiß nicht. Ist es so furchtbar spannend mir irgendwie drei Stunden beim Löten zuzuschauen. Ich glaube nicht. Ähm. Deswegen schauen wir einfach mal dass wir dann eine Lösung finden. Und ähm. Dann zeige ich euch einfach was passiert ist. Vielleicht auch mal so Zwischenschritt oder sowas. Ja. Schaltet wieder ein. Abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr unten auf diese Glocke drückt. Dann kriegt ihr auch eine Info wenn wieder ein neues Video online geht. Ich freue mich. Tschüssi. Jan in seven zwei mal At mal r w w Untertitelung des ZDF, 2020